Musik In diesem Magazin stellen sich die Direktkandidaten des Stimmkreises 709 Kempten-Oberallgäu unseren Fragen. Was wollten Sie als Kind werden? Als Kind wollte ich zunächst mal Uhrmacher werden. Ich habe mich da auch massiv bemüht, habe es geschafft, alle Uhren auseinanderzubauen, aber leider keine einzige wieder zusammenzubauen. Also das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Meine Kindheit ist schon einige Jahre zurück, wie Sie an mir kennen können. Aber ich habe dann relativ bald gemerkt, dass ich mich als Lehrer ganz gut eigne. Krankenschwester oder Erzieherin im Kindergarten? Als Kind wollte ich Pilotin werden oder Fußballerin. Als Kind, da wollte ich als erstes immer Feuerwehrmann werden. Danach wollte ich Naturforscher werden und dann war ich mir eigentlich die ganze Zeit ziemlich unsicher, was ich werden wollte. Aber Politiker war sicher nicht dabei. Ich wollte lang Bauer werden. Dann habe ich festgestellt, ich habe keinen Bauernhof und dann Lokomotivführer. Was sind Sie geworden? Ich bin Sonnenschullehrerin, zunächst eben für geistig behinderte Jugendliche und bin dann nach Füssen gekommen und dort eben im Förderzentrum allgemein jetzt tätig gewesen. Also ich habe erst mal meine Schule beendet, bin danach erst mal in eine Lehre gegangen und habe Altenpfleger gelernt. Mittlerweile bin ich in einer neuen Ausbildung als Notarfachangestellter. Ich habe Jura studiert, Politikwissenschaften und ein bisschen Philosophie und bin dann Staatsanwalt und später Richter geworden. Bürokauffrau. Ich bin gelernter Diplomhandelslehrer. Habe dann Jura studiert und bin Staatsanwalt und Richter geworden. Das hat mir große Freude gemacht, ich habe es nie bereut. Was ist Ihnen besonders wichtig in Ihrem Leben? Also ich bin ein Mensch, der auf Harmonie sehr achtet. Das ist mir in meinem persönlichen, familiären und freundschaftlichen Umfeld sehr wichtig. Ich mag nicht gerne massive Konflikte. Ich schaue, dass ich Konflikte menschenwürdig lösen kann, gar nicht erst entstehen lassen kann. Wichtig ist mir in meinem Leben einmal, dass man seine Aufgaben erfüllt. Ich habe eine große Verantwortung für die Menschen in Bayern, für die Menschen gerade im Allgäu. Und da muss man sich schon reinhängen. Natürlich meine Familie, meine Frau, meine beiden Söhne, inzwischen auch mein Hund. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Kinder da zu sein in der Zeit, wo sie die Werte vermittelt bekommen müssen. Und da möglichst viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und gleichzeitig sollte man auch noch Zeit für Privatleben haben, für Freunde, für die eigene Familie. Und dies zu kombinieren, ist manchmal schwierig, aber es kann gelingen. Besonders wichtig ist mir, dass Zukunft möglich ist, dass meine Kinder, meine Enkelkinder ein gutes Leben haben. Dass sie das vorfinden, was sie nötig haben für ihr Leben. Eine schöne Natur, erholsame Natur, gesundes Essen. Das faire und gute Miteinander, wenn man mit Menschen auch zusammen ist. Meine Familie vor allem. Also meine Familie und meine Freunde sind eigentlich das, was mir persönlich am wichtigsten ist. Sie gewinnen eine Million Euro. Was machen Sie damit? Ich würde erstmal einen ganz großen Batzen für meine Straßenkinder in Brasilien und Haiti geben. Da engagiere ich mich seit über 20 Jahren. Geld ist für mich nicht so wichtig. Ich würde einen Teil für wohltätige Zwecke spenden und einen Teil schauen, dass ich es gut anlegen kann, dass die Tochter dann eine gute Zukunft hat. Ja, da würde ich eine Inklusionsfirma im Allgäu gründen und die Chance geben, dass da Menschen gute Arbeitsbedingungen haben und dass wir eben miteinander behinderte und nicht behinderte Menschen gut zusammenarbeiten können. Und wenn ich mir das genau überlege, eigentlich bin ich glücklich und würde wahrscheinlich das ganze Geld dorthin geben. Naja, zunächst würde ich es auf jeden Fall auf meine Kinder verteilen und den Rest würde ich mir Wohnmobil kaufen und durch die Welt tigern. Ich glaube, ich hätte zu wenig Zeit, sie auszugeben. Sie anzulegen ist im Moment auch schwierig, weil man keine Zinsen bekommt. Ich würde sicher etwas davon spenden. Also ich werde wahrscheinlich sehr vieles davon erstmal spenden, aber nicht alles. Ich denke, Geld allein macht nicht glücklich, aber Geld kann trotzdem auch glücklich machen. Ich denke, dass ich mir ein kleines Häuschen in der Natur bauen würde. Warum kandidieren Sie für den Landtag? Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass im Landtag an entscheidender Funktion Menschen sind, die bodenständig sind, die wissen, wie die Menschen hier leben und dieses Leben dann auch in den Landtag und in die Entscheidungen tragen. Weil ich denke, dass die AfD die Alternative für Deutschland gute Ziele in der Landtagswahl hat. Wir haben im Allgäu viel erreicht, wichtige Dinge. Ich nenne die B12, vierspuriger Ausbau. Aber wir müssen auch in Zukunft viel vorwärts bringen, damit es auch den Menschen in Zukunft hier gut geht. Und da glaube ich, dass ich mit meiner Erfahrung, auch als Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion, hier etwas erreichen kann. Für mich steht also vor Bildung im Mittelpunkt. Ich habe da Erfahrung als Lehrer. Für mich steht die innere Sicherheit im Mittelpunkt und natürlich der Umweltaspekt, weil ich hier glaube, etwas bewirken zu können und bewirken möchte. Ich möchte meine politischen Ziele, die da vor allem unter der Überschrift Inklusion stehen, also die Bedingungen für Menschen mit Behinderung verbessern oder eben auch gute Arbeitsbedingungen schaffen, weiter umsetzen. Deswegen möchte ich wieder in den Landtag und da weiterarbeiten, was wir jetzt aufgebaut haben. Ich kandidiere vor allem deswegen für den Landtag, weil ich der Meinung bin, dass einiges bei uns momentan schiefläuft. Und ich bin außerdem der Meinung, dass wenn man einfach nur still zu Hause sitzt und über die Politik schimpft, kann man nichts verändern. Ich möchte aktiv was verändern. Ich konnte nie anders als mich engagieren. Das hat beim Ministerieren angefangen, in der Pfarrerjugend, später im Sportverein und, und, und. Und ich habe nie nur mitgemacht, sondern ich habe immer Verantwortung übernommen und so eben auch in der Politik. Und ich denke, es ist wichtig, dass sich in Bayern einiges ändert. Manches darf so bleiben, wie es ist. Und da möchte ich mich dafür einsetzen. Nennen Sie ein Merkmal, das Ihre Partei von anderen Parteien unterscheidet. Wir sind die einzige Partei, die wirklich glaubhaft noch für soziale Gerechtigkeit und für den kleinen Bürger antritt. Wir sind die Partei, die soziale Gerechtigkeit verbindet mit Zukunftsthemen, wie eben auch Umweltschutz, wie eben die Anforderungen, die jetzt heute an uns gestellt werden. Ja, also das ist, wir wollen die Zuwanderung absolut steuern, in geordnete Bahnen bringen. Das ist für mich besonders wichtig. Ich glaube, dass wir den Menschen nur das sagen, was wir auch halten können. Dadurch, dass wir dieses Land 60 Jahre erfolgreich regieren, wissen wir, wir müssen die Dinge einlösen, die versprochen werden. Uns unterscheidet von anderen, dass wir sehr viel Wert auf Familie legen, dass wir sehr viel auf die Verhältnisse zwischen Stadt und Land legen, dass wir eigentlich Bildung als vorrangiges Ziel für uns ansehen. Ich glaube, wir sind die Partei, die einfach differenziert da hinschaut, die die Fragen nicht einfach beantwortet mit Slogans oder schnellen Antworten, sondern mit den Menschen um Lösungen ringt. Lösungsorientiert ist, glaube ich, das Stichwort dafür. Und vor allem, dass bei uns die Entscheidungsfindung nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben erfolgt. Wir sind im Grunde die echte Graswurzelpartei. Gibt es ein Thema, bei dem Sie nicht mit Ihrer Partei einer Meinung sind? Es ist ja so, dass ich natürlich in den letzten Jahren in den verschiedenen Funktionen den Kurs der Partei in großem Maße selbst mitbestimmt habe. Ich war einer der fünf Politiker, die bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin waren und somit habe ich großen Einfluss darauf. Ja, es gibt ein Thema, die Legalisierung von Cannabis. Da bin ich mit meiner Partei nicht auf einer Linie, weil ich glaube, man muss das Thema differenzierter betrachten und auch nochmal das abwägen, was ist das für und wieder. Und da müssen wir genauer hingucken. Ich kann mit den Ergebnissen gut leben, wenn es auch im Detail manchmal so wäre, dass ich es noch etwas anders machen würde. Aber in der Tendenz bin ich mit dem, was die Partei macht, einverstanden. Ja, das ist zum Beispiel der Klimawandel. Die AfD negiert zwar den Klimawandel nicht, aber sie sagt, es gab immer schon Klimaveränderung. Das weiß ich als Wirtschafts- und Sozialgeschichtler sehr gut aus eigener Erfahrung. Aber ich glaube schon, dass der jetzige Klimawandel zum Teil auch durch Menschen massiv beeinflusst worden ist. Also ich könnte es jetzt nicht so nennen, weil ich stehe für diese Punkte, die wir jetzt eben im Wahlprogramm haben und wo wir auch in dem Grundsatzprogramm diskutiert haben. Wir waren mit dabei bei den Diskussionen und ich stehe für diese Punkte in der SPD ein. Da gibt es definitiv verschiedene Themen. Ich glaube, dass es bei jedem Thema immer Diskussionsbedarf gibt. Bei vielen Themen stimme ich meiner Partei zu 100 Prozent zu. Es gibt aber auch Themen, bei denen ich meiner Partei nicht zustimme. Das sind dann meistens Sachen, die man intern miteinander klärt durch Diskussionen. Dafür gibt es Parteitage und vieles weiteres. Momentan kann ich tatsächlich gar kein Thema nennen, wo ich nicht dahinter stehe. Also die Freien Wähler, die fordern ja das Wahlrecht ab 16 Jahre bei Kommunalwahlen. Ich persönlich gehe da noch ein Stück weiter und sage, warum sollen junge Menschen nicht überhaupt ab 16 wählen. Ich merke immer wieder im Gespräch mit jungen Menschen, dass die sich sehr wohl für Politik interessieren und dass die oftmals sogar besser informiert sind als manch Erwachsene. Nennen Sie ein Ziel, das Sie für Ihren Stimmkreis im Landtag erreichen wollen. Ich möchte vor allem, dass der öffentliche Nahverkehr mehr gefördert wird. Es kann nicht sein, dass wenn man Samstag nach Altersried will oder von Altersried nach Kempten will, dass man entweder in der Früh um 11 mit dem Bus fahren muss oder dann wieder bis um 8 Uhr abends warten muss, bis der nächste Bus fährt. Eben in dem Sinne weiterarbeiten und ich wünsche mir eben, dass wir diese Dinge hier für Kempten und das Oberallgäu ausbauen können, dass also auch Menschen mit Behinderung hier überall gut leben können. Also ich habe mehrere Ziele, aber ein wichtiges Ziel ist auch das mehr soziale Miteinander. Ich denke, dass diese soziale Kompetenz, die uns Menschen hier auszeichnet, wir sind ja soziale Wesen, immer mehr verloren geht. Und ich möchte, ich habe da Ideen, ich möchte wieder, dass wir uns um den anderen mehr kümmern. Dass wir hier Inklusion in der Gesellschaft leben können, nicht nur im Kontext von Behinderung, sondern jeder, der zu uns kommt, auch mit Migrationshintergrund, gleich welchem Geschlecht, gleich welcher sonstigen Ausrichtung. Auf jeden Fall, dass wir das Thema Pflege anders angehen. Also wir brauchen wieder ein Miteinander. Was wir im Moment immer gemacht haben, ist zu separieren, alles extra zu betrachten. Und wir müssen wieder zusammenführen, was zusammengehört. Das heißt Tagespflege, ambulante Pflege, stationäre Pflege. Wir müssen das als Gesamtheit betrachten, weil der Mensch ist ein Mensch. Und der lässt sich nicht in verschiedene Schubladen aufteilen. Mein Hauptziel in der nächsten Periode ist, dass wir vorankommen mit der Elektrifizierung der Bahnstrecken. Wir haben ja jetzt erreicht, dass im bayerischen Programm die Strecke Ulm-Kempten beim Elektrifizierungsprogramm aufgenommen worden ist. Wir brauchen aber auch die Strecken Augsburg, Buchlohe, Kempten-Lindau und Kempten-Oberstorff. Wir brauchen auf jeden Fall im Allgäu einen viel besseren öffentlichen Personennahverkehr. Wir brauchen viel bessere Taktung bei Bussen und Bahnen. Wir brauchen dort möglichst emissionsfreie Fahrzeuge, sowohl bei Bussen als auch bei Bahnen. Und der Ausbau der B12 muss zügig vorangehen. Nennen Sie zwei Herausforderungen, vor denen Bayern aktuell steht. Also zum einen eben, wir müssen uns dem Klimawandel stellen. Klimawandel, dass wir die Herausforderungen, die kommen, geschützt sind. Ob das jetzt Hochwasserschutz ist etc. Ob das in diesem Jahr dieser tolle Sommer, der aber in weiten Teilen Dürre verursacht hat. Da muss man Antworten finden, wie man künftig Landwirtschaft gestaltet. Eine große Herausforderung in der wirtschaftlichen Entwicklung ist die Digitalisierung. Und der zweite große Punkt ist für mich Wohnen. Wohnen in Bayern und auch bei uns im Allgäu wird zunehmend, vor allem in den Zentren, zu einem Luxus, den sich nicht mehr alle leisten können. Und das darf nicht passieren. Wir müssen wirtschaftlichen Fortschritt, wirtschaftliche Prosperität mit intakter Umwelt und Natur kombinieren. Beispielsweise beim Verbrauchen von Flächen. Zum einen ist es sehr wichtig, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Gefühl einer großen Partei, die glaubt, dieses Land wäre Irland und vielen Menschen, die sich davon nicht mehr vertreten fühlen und deswegen enttäuscht sind und Gefahr laufen, in den Extremismus abzuwandern. Und zum anderen glaube ich, es wird eine sehr schwierige und wichtige Aufgabe sein, die Balance richtig zu finden zwischen Metropolregionen, die letzten Endes fast überlastet sind, die oftmals nicht mehr wissen, wie sie mit Verkehrsproblemen, wie sie mit Wohnungsproblemen zurechtkommen. Und manche ländlichen Regionen, die doch Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Eine große Herausforderung ist der Flächenfraß. Wir verbrauchen viel zu viel Fläche für ganz viele Themen. Also das ist für mich der Flächenfraß, ganz wichtig. Und das ist für mich auch die Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Prozesse. Wir müssen hier Lösungen finden und wir müssen auch natürlich eine Lösung finden in der Migrationsfrage. Die muss auch in Bayern geordnet sein. Und die zweite große Herausforderung ist das Thema Pflege, was ich schon genannt habe, weil das steht an. Ich denke, vor allem sind die zwei wichtigsten Punkte, mit denen Bayern momentan umgehen muss, ist eine richtige Beantwortung der Flüchtlingsfrage. Ich denke, Populismus, wen die CSU anwendet, ist definitiv der falsche Weg, denn der spielt hauptsächlich rechten Parteien, wie beispielsweise der AfD, einfach nur in die Hände. Und die zweite Frage ist vor allem auch der Pflegefachkräftemangel. Wie geht man damit richtig um? Holt man sich Fachkräfte aus dem Ausland? Wie sorgt man dafür, dass der Pflegeschlüssel in den Altersheimen wieder besser wird? Ich denke, das sind zwei wesentliche Faktoren oder zwei wesentliche Themen, mit denen Bayern in den nächsten Jahren umgehen muss.